du kommst du mal summer winter auto zumal winter kam aber nicht das offizielle also nach drei monaten keine aufnahme mehr gibt es jetzt endlich wieder mal eine folge mein summer kam ich glaube bei master mark also sogar noch eine weile her ich weiß nicht mehr was wir in der letzten folge gemacht haben allerdings habe ich mit in der folge zwar mal nachgeguckt aber da war das auto noch nicht so fertig also außer dass es überall kostet oder was auch immer das ist sondern die räder war noch nicht dran und ich meine das auto konnte generell noch gar nicht fahren ich weiß nicht wie es jetzt ist ich habe das hat nämlich gar nicht mehr angerührt im bieter oder generell das spiel deswegen ich weiß nicht ich weiß nicht kann vielleicht sein dass eine aufnahme besäumt wurde und tut es mir leid weil ich hätte auch gedacht ich bin also der trecker stand noch nicht hier beziehungsweise ich weiß dass ich irgendwann mal in irgendeiner folge mit dem trecker irgendwo hingefahren bin nach loppe und davon finde ich also weil ich weiß nichts deswegen tut es mir leid wenn ich jetzt eine folge übersprungen habe oder so jedenfalls wie ihr sehen könnt das auto hat räder neu aber ich glaube ich weiß noch nicht ob der anspringt können es ja mal probieren 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 geht über studieren jetzt einfach los kleiner 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 oha er läuft ok das klingt schlimm nicht wirklich gesund aber er läuft dann lassen wir den mal bisschen warm laufen also ich glaube wenn das die batterie ist dann habe ich glaube ich in der letzten folge die batterie gewechselt ich glaube den ölfilter hatte ich gewechselt zündkerzen rein die räder drauf achso den keilriemen zündkerzen batterie keilriemen und räder mehr habe ich eigentlich nicht aber das ding ist definitiv noch nicht TÜV geprüft beziehungsweise auch noch nicht TÜV prüfbar ich staune bloß dass der schon so rund läuft ich bin erstaunt aber deswegen fahren wir den jetzt einfach mal in die Werkstatt in die Garage rein ich habe ein paar Mods installiert weil ich nämlich endlich wieder rausgekriegt habe wie ich das mache ich bin erstaunt über das was geschafft worden hier vorne liegt ein Auspuff boah wo muss das dran also ah da war es ich weiß wo es dran muss und das Auto für gewöhnlich hier ist auch gar kein nichts schaltet mal das nicht ein so ähm dürfte ich bitte mal ein Schraubenzieher äh mein Schrauben Schlüssel ab gelöst wenn ich hier wüsste wo es ist ok ich hab's gewonnen ähm so spannendes Set ich meine ich habe auch ein Mod dazu dass ich dir genau die Größen anzeigen kann sieben sieben da acht ne sieben Entschuldigung das war's gibt es keine weitere Schrauben das kann ich ehrlich gesagt nicht glauben also ich kann jetzt in also ich kaufe dir jetzt nicht abwenden es wirklich nur eine Schraube gibt aber ich glaube die gehört auch dazu habe ich so diese vom Mumtun hier ist auch noch eine ich glaube dann wird das Rohr schon befestigt sein ja ich glaube das ist raus dann machen wir das Ding heute nämlich zufällig also die haben ein Radio das kann die auch gerne reinmachen so aber wo ist der Ausbruch achso der ist schon dran ach Gott wenn ich will so da ist es vorne da vorne schon immer solche Lichter oder irre ich mich gar nicht ich bin nicht in Erinnerung dass jemals solche Lichter hat 14 oder was 8 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 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 15 15 10 10 11 15 14 15 15 16 16 auch das hatte ich schon vorher im auto ansonsten nichts das ist das dann lassen wir so was schon halten hatten wir nicht in hell ich würde mir gerne ein helm mitnehmen ich nehme den helm und wenn ich sicher sein wir machen jetzt pünkt meister zu machen was mich deswegen nicht gleich hochwerfen aber das gefühl dass er zu mal von das entweder zum hüpfen gegen freud oder finden das gar nicht toll ich habe mich gespeichern zwischen speichern ich habe solche fans hier weihnachtsketten nicht daran gemacht finde ich actually ganz schlich ich meine irgendeine beleuchtung braucht ja ich meine im winter wir sind ja in my winter kann man das schon mal machen ich bin erstaunt wie gut das auto läuft ja vielleicht auch mal hochschalten nicht wundern ich kling vielleicht ein bisschen anders als in wo es noch heller war das liegt daran dass gerade das ist nicht unbedingt an zwei verschiedenen tagen aufgenommen aber es ist jedenfalls dieser teil hier nach synchronisiert also ich tue das jetzt hier gerade nach synchronisieren während ich mir gerade diesen folgern schnitt angucken lol natürlich das einfach zu erleben wird dann auch interessant die arbeit das dann noch zu cutten weil ich irgendwie mein audio nicht aufgenommen habe oder so ich habe keine ahnung jedenfalls synchronis sehe ich das jetzt gerade nach und deswegen kann es auch mal sein dass ich von mir in der dritten person rede nicht wundern nein es kommt kein zug du kannst rüber fahren ja du kannst auch so lange warten es kommt keiner aber schön dass immer immer schöner bahnübergängen wo keiner dings ist immer schön gucken und warten und hören züge tüner meistens suchen denke ich jedenfalls damals spiel war dazu gilt auch für straßen oder ähnliches seid vorsichtig so rechts oder links ich sag mal so in der nächsten folge könnt ihr ja dann wieder den richtigen musik ertragen den originalen mich freut es irgendwie dass diese lichterkette das spiel gar nicht zum legen bringt äh nicht das spiel die aufnahme weil manchmal hat das dafür gesorgt dass es und zu mal angefangen hat zu legen aber tut es anscheinend nicht das ist gut so licht haben wir ganz als ich das herausgefunden habe das ist das höher schalte ich meine als ich das herausgefunden habe dachte ich mir auch so wow ist halt auch geil wenn man nachts fährt und kein licht hat und das einzige licht was man hat ist die lichterkette die in rgb form leuchtet ich finde es immer noch krass wenn das auto so schnurrt wie so ein kettchen also ich weiß nicht das läuft ja richtig rund aber ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich gemacht habe aber kann auch sein dass ich in der einen folge vielleicht das ding mal zur reparator geschehen oder was jedenfalls ist es läuft es wird langsamer jedenfalls läuft es läuft es wird langsamer ich fahre ich fahre so einen kleinen datzen ist das schon oder nissan oder zetsuma ist das schon eigentlich ne ganz gute leistung hier habe ich übrigens das decken und licht gesucht ich habe den kollegen vor mir dann einfach als licht genommen dass ich was sehe immerhin sieht man durch den schneemann durch das oder was das ding ist es gibt so einige kurven wenn es halt sehr dunkel ist da muss man nach gefühl fahren und das ding ist einige kurven sind da sehr waghalsig deswegen das ist nicht so geil aber hey ok das ist locker das ist die brücke ich finde ja auch cool wie dieses spiel so eine richtig geile background story hat das bewundere ich so sehr an diesem spiel weil ich einfach ich feier spiele so eine background story dass sie so eine hintergrund geschichte haben also wo halt wirklich in allem und jedem charakter in irgendeine kleine geschichte versteckt ist so in dem einen vielleicht mehr in dem anderen weniger aber es ist so ich glaube jetzt habe ich mich zu langsam entschieden aufzugeben gegen die nacht weil jetzt sieht man halt actually die straße nicht mehr so geil ich weiß nicht ob ich jetzt irgendwie nach nach weiter nach nächsten aber jetzt geht es gegen geht es glaube ich eigentlich sowieso geradeaus ich hätte auch weiter von genauer ich entscheide mich halt da das anzuhalten glaube ich auch nicht ich hätte es eben was gedacht irgendwie will ich nicht das auto überholen das ist so die einzige Lichtquelle die ich habe die einzige Quelle die mir anzeigt wo in einer Chore ist und ja hier kommt glaube ich noch eine fette Chore wo es mir dann jetzt zu dunkel wird und ich glaube es ist so verständlich weil ich sehe auch im Schnitt und absolut überhaupt nicht mehr wo da jetzt die Dings ist deswegen jo werde ich warten ich meine für euch könnte ich das ja man kann wieder weiter fahren das ist auch genau das was ich tun will hab ich mich davor eigentlich angeschnallt ich weiß es nicht schnallt euch an wenn ihr Auto fahrt das ist so ein kleiner Überlebenstipp und wir sind angekommen in Periari und da ist Doggo nicht vor Doggo man man rennt nicht Autos hinterher bis zu fahren Doggo ist auch eine Mod aus My Summer Dog und wir müssen ihm noch einen Namen geben ihr könnt ja gerne mal in die Kommi schreiben wie der heißt und so ansonsten nenn ich ihn einfach Doggo fragt nicht woher ich den Namen kenne ich hab keine Ahnung und wir sind angekommen in Periari Periari WUF genau WUF da liegt ein Moped das war abgewirkt WUF ja WUF ja Barg hast du richtig sorry Doggo ich wollte dich nicht wegschieben kannst du mir gerne folgen Boxing kannst du mir gerne folgen auch schön wie ihr in der Luft zittert machst du gut Doggo und da sind die zwei ich glaube der eine heißt Yano und der andere heißt WUF ich hab keine Ahnung naja es sind jedenfalls die zwei ähm ich sag mal Idioten im Dorf Doggo man teleportiert sich nicht durch Autos das macht man nicht ähm der eine scheint aber noch netter zu sein WUF WUF der andere ist der Freunde ah Idiot und die daneben sind das ist seine Freunde denke ich ich find von dem einen das Auto gibt es cool wie dieser Skoda 120 find ich irgendwie toll WUF 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 und da Boah Jo Alter was war das und der TÜV hat zu na toll was ist das eigentlich für ein Raum warum steht der Van hier ich frag mich nicht mehr zu sehen kann er mal den Van irgendwo anders hinfahren oder richtig einparken oder was aber ey wir haben die Schlüssel dafür ich bin überrascht oh Alter da steht mein Auto Alter wenn die jetzt mein Auto wenn die jetzt mein Auto geschrottet haben dann gibt's Ärger scheint aber noch da zu stehen ist ja Doggo auch Doggo der beschützende Auto actually das was 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 genau hat das mir jetzt gebracht will ich jetzt wissen glaube ich nicht so und Tür schließen was ist hier drin keine Ahnung ah ein Z steht da drauf online also ich weiß dass Nin ja hey also hey heißt so viel wie hallo und Nin ja heißt äh ähm eigentlich ja ja heißt eigentlich und und Nin heißt eigentlich ich komm grad nicht auf den Namen was heißt Nin dann denk ich wärs das für die Folge gewesen wenn es euch gefallen hat dann lasst ein Like da Abonnent Aktiviert die Klärung keine Videos mehr zu verpassen ja haut rein bis zur nächsten Folge und ciao tschau 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 tschau